Wir sind hier jetzt an der Marieladenstraße. Wenn ich vorher dachte, dann haben wir auch mal da. Hier ist es wichtig. Die Wähler muss man geben. Und die andere Seite, das kann ich auch nicht machen. Aber damit geht man unbedingt an Argentinien. Das ist kalt. Aber ich stehe nicht ganz was auf. Es ist kalt.